Hallo Energie-Fans, um euch das neue Jahr zu verschönern, hat unser FCE den neuen Jahreskalender kreiert. Für 12 Euro bekommt ihr 12 exklusive Motive und ich kann ihn euch nur ans Herz legen. Ab sofort im Onlinebereich des FCE oder im Fanshop Berliner Straße. In diesem Sinne von uns für euch. Alex, ihr habt das Spiel die letzten zehn Minuten in Ingolstadt durchaus spannend gemacht, aber geplant war das nicht, oder? Eigentlich war es nicht so geplant. Eigentlich wollten wir von Beginn an so spielen, wie wir die letzten zehn Minuten gespielt haben. Tja, leider war die erste Halbzeit nicht so berauschend, besser gesagt schlecht. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir versucht, ein wenig besser zu spielen und es hat auch hinten raus dann noch glücklich geklappt. Erste Halbzeit, du sagst es gerade, was hat der Trainer zu euch gesagt in der Halbzeitpause? Die Ansprache war ziemlich laut, hat uns die Libiden verlesen, hat gesagt, was wir falsch gemacht haben, was wir besser machen sollen und auch das haben wir halt gehört und haben versucht, die Fehler, die wir gemacht haben, die Laufbereitschaft zu verbessern, das Spiel ohne Ball zu verbessern, da vorne zu spielen, wenig Kontakte und das haben wir halt versucht, zu verbessern.